Massiv tödlich, gilt Krebs als Krankheit beschönigt Das ist eher und vielleicht üblicherweise Mit Bestrahlung meistens bearbeitet Doch was war das Leid stets? Von Geistern verursachte Verlässigkeit Nichts ursprünglichen Funk an Terror Aus Error, Endeavor, EMP, Error Letzten Endes wohl, nicht sichtbarer Funk Wellen des Geistes, reizende Mutation Aller Berlmuth, doch verursacht von Ingenutreichen, teils absichtlich Es hat diese Geschichte gelegt, es geht um Einen Vater, die Agen von Jin Yasako Er wurde systematisch ingerichtet, erkannte Da Verlust des Sprachzentrums gewichtet Konnte ich berichtlich nicht viel unternehmen Seien lebendig sterbend untergehen Um zu verstehen, worum es ging Wollte man mich selbst umbringen Umringt von jenen, welche mein Leben versorgen Konnte niemandem vertrauen Saat so viele gute Rebellen an den scheiß Nazis vertellen Obwohl diese zu erschießen wären Wenn denn die Bundeswehr eben ihre Hausaufgaben machte Schwarze Folter serviert per Schachberg Mord und Totschlag wie im Krieg Ist das alles, was der Feind hinkriegt Krebs funkt und funkt Unvernunft einzelner, wirkt schwer wie ein gesamtes Heer Gesandte hier, zu niedrig gradiert für den Kampf in ihr Krebs funkt und funkt Unvernunft einzelner, wirkt schwer wie ein gesamtes Heer Gesandte hier, zu niedrig gradiert für den Kampf in ihr Stetig bekriegen, sind Funklein hier drin Geister und funktionierte Zu senden, Empfangsstationen, Bataillonen des Heres Wirken nicht so verheerend, wie sie in dem Bereich müssten Die Öffentlichkeit desinformiert zugunsten des Feindes Mediziner bescheinigterweise Zu fehl informiert meistens die Irre Totales kaltblütiges Kalkul des Feindes, welcher meist sich als Templer enttarnen lässt Doch halt, was seh ich da? Der Vatikan vererfährt im Gebeten ja Als ob wir Feinde werden Automatisiertes abhören Ursprünglicher Funk hat Terror im Tenor Wie so viel abholzen Das Buchwaldes Blut hat so in der Zellen gelöst Wie weitere Panterde eben Als ob Kollaboration zwischen Tempel und Vatikan besteht Verdachtsmomente erbringen Elende Schmerzen Tracing kommen unmöglich Sehr gute Leute endeten tödlich Verletzt als Agenten auf dem Schlachtfeld Informieren muss man rechtzeitig Bevor der Feind erneut zu weit geht Kripsfunkt und funkt Unvernunft Einzelner wird schwer wie ein Gesamtes Heer Gesandte Heer Zumiedrig geradiert für den Kampf in hier Kripsfunkt und funkt Unvernunft Einzelner wird schwer wie ein Gesamtes Heer Gesandte Heer Zumiedrig geradiert für den Kampf in hier Für meinen Vater Trace ich geschäftlich Mag es nicht sein denn Doch Ehrenwert ist meist in Mein Leben Das ist für sein Todes Tier Zwecksaufklärung der Vampir Lange vor Dracula Erweiter ich Geister um Komponenten Die sonst so enden Wie mein Vater Eins Rhymes Meine Waffe Gegen meistens klaffende Lücken Der Aufklärung in Genius Hardcore Setzt Zeichen Bei den Gangen Über Leichen Und Streif gehen Wie es war Gibt Um Kruloses zu planen Eine Esel zu mit Schirrüber Genius Hardcore Reimartenkremierer Multiple gespaltener Taktbrei Mit Zeitversetzung Wasser in Bild Krass Rhymes gekillt Zweck der Info Mal Info Rhymes Leute gebt euch nicht auf Sondern die Daten ein Kulturhistorischer Person des Rhymes Genius Hardcore Halt 1 ESW Wenige wussten Bevor diese Initialien stehen Danke dir Vater Gerd Sebastian Guder Ist Genius Hardcore Tritts Funk und Funk Unverlust Einziger Weg schwer wie ein Gesamtdessert Gesandt ihr hier zu Nicht trainiert Für den Kampfen jetzt